Best of Frenkel frotzelt Sagt man nicht immer bei Leuten mit Glatze, dass das Gehirn aus dem Kopf rauswächst und du hast ja in der Mitte deines Kopfes noch einen Strang Haare Heißt das dann, dass quasi deine Haare aus deinem Gehirn wieder rausmachen? Und du hast ja in der Mitte deines Kopfes noch einen Strang Haare Heißt das dann, dass quasi deine Haare aus deinem Gehirn wieder rausmachen? Also ich werde jetzt mal da drauf stehen bleiben und ich komme mir dann quasi so vor wie bei der nackten Kanone Ich glaube der erste Teil war es, oder? Der zweite, keine Ahnung Als man da auf dem Polizeiauto oben saß Ah, es geht los, die wilde Fahrt Fleisch Lecker Fleisch So Verbietet das die Ehre, dass man sich auslockt, wenn man in Gefahr ist in erheblicher, unselbstverschuldeter, armer Gefahr, weil die Nachhilfelehrerin sich verabschiedet hat? Ja, also es macht eigentlich nur ein Feigling, sag ich mal so Also sich da auslocken Na toll That's very funny, da sieht man mal wie beschissen die Kollegen fahren Ah, ha 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 Los, überhol Komm, du bist ein Notarzt, überhol Ich geh mal ein bisschen in den Wald heulen Brauchst du eigentlich nicht? Ich lege nämlich jetzt hier drei Fleischchen, die kannst du essen Ich bin ein Feigling Also Freunde, ihr seht, es funktioniert Man kann da auch einen kleineren Einsatz mit bestreiten Das Problem ist nur, wie komme ich nachher zurück zur Einsatzzentrale Zu Fuß Das ist nicht lustig Da liegt auch bloß lauter kleine Rucksäcke Da geht die Tür auf, verflucht nochmal, da ist ein Zombie Scheiße, da ist nix drin Leute, hallo Ja, ich seh ihn, der kommt hier grad zu mir nach oben Da kommt noch mehr So, da haben wir den Brand schon Einen Stiefel fahren die, ist ja unglaublich Komm halt nach oben in die Feuerwehrwache Ja, hallo, ich lieg da grad drin Die haben die Tore aufgemacht und jetzt bin ich am Arsch hier Moment, ich komme Hast du oben alles durchgeguckt? Ja, da ist nix, nur diese kleinen Rucksäcke Hallo Freunde Ich komme ja schon, Harald Das geht auch Ja, Freunde, und jetzt stehe ich hier Und jetzt muss ich zurücklaufen Das könnt ihr aber vergessen, das nehmen wir jetzt nicht mehr auf Ja, ich verabschiede mich jetzt Ich hab keine Munition mehr Aua, jetzt bin ich die Treppe runtergefallen Ich hab keine Munition mehr, oh Gott, ah, ich muss nachladen Sag hallo, Mone Hallo, Mone Und Mone war auf der AIDA Ja Und davon möchte ich sie jetzt erzählen Ja Ja, nur schade, wo 2500 Menschen irgendwie reingequetscht werden Äh, also ich hab mir das Ding auch nicht so riesig vorgestellt Also es sieht schon echt geil aus Es ist auch in total modern und echt cool Keine Ahnung, ich glaube, es gibt 20 Decks Arschgeigen Ach, jetzt fährst du rechts ran, damit ich nicht dran vorbeikomme, du Arsch Ja, das ist eindeutig ein, äh Das ist doch ein Mazda, oder? Mach Platz da mit deinem Mazda, Mann Wir sind mal an Bord geblieben Und was soll ich noch sagen Es ist halt echt Das sind halt viele alte Menschen, ne? Also wir waren Quasi so wie wir 20, sag ich mal, unter 40-Jährige Und der Rest über 60 Aber man hat dann seine Ruhe Allerdings nicht beim Essen Wenn's bimmelt, dann gehen die alten Leute an die Buffets Das ist wie Krieg Das ist erster und zweiter Weltkrieg zusammen Und ich mein, es gibt echt genug zu fressen da Wirklich Guten Tag Hallo Guten Tag Wir sind ja in Bayern Das heißt, äh Grüß Gott Ja, Grüß Gott heißt das hier Wenn ich das mal anmelden darf Immer diese Ausländer hier Ist doch wahr Und jetzt mit Schmackes über die Minen drüber Komm Ah 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 Nein Ah 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 Falls ihr euch fragt Ob ich jetzt gerade meine Eier rausgeschrien hab Weil ich klang wie ein Eunuch Ja Das war jetzt ein bisschen, äh Eine komische Aktion hier Ich glaub wir werden jetzt einfach aufhören Ich hör jetzt auf Ich fahr jetzt kurz nach Bonn Und wir machen ein bisschen Docken oder so Ah Ah Aber sowas zu dritt vielleicht Ich muss nur meine Frau irgendwie bewusstlos kriegen Bring die einfach mit Sie sind eine Frau und haben wie immer nichts anzuziehen? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es den Frenkel-Frotzelt-Fanshop Und dort gibt es auch Frenkel-Frotzelt-Shirts Sie sind traurig, dass sie nicht mit Harald Frenkel schlafen können? Das muss nicht sein, denn im Frenkel-Frotzelt-Fanshop Gibt es auch Frenkel-Frotzelt-Kissen Sie haben nicht mehr alle Tassen im Schrank? Das muss nicht sein, denn im Frenkel-Frotzelt-Fanshop Gibt es auch Tassen Kaufen Sie noch heute im Frenkel-Frotzelt-Fanshop Und zwar am besten für die ganze Familie und den Hamster Der Frenkel-Frotzelt-Fanshop Bringt ewige Glückseligkeit Ist geiler als jede Nymphomanin Und macht sogar die Zähne weißer Und wer mal nicht alle Taschen im Schrank hat Wird ebenfalls fündig Der Frenkel-Frotzelt-Fanshop Einfach genial Der Frenkel-Frotzelt-Fanshop